Jüngste Enthüllungen werfen Licht auf eine bedeutende Entwicklung in der laufenden Sage um das Erbe von Diana, der verstorbenen Prinzessin von Wales. Prinz Herrie hat ein strenges Ultimatum gestellt und droht mit rechtlichen Schritten gegen seinen Onkel Charles Spencer, sofern das Erbe aus dem Nachlass seiner verstorbenen Mutter nicht umgehend freigegeben wird. Dianas Tod im Jahr 1997 hinterließ einen beträchtlichen Nachlass, darunter wertvolle Vermögenswerte, Immobilien und eine beträchtliche Geldsumme. Die Verteilung ihres Nachlasses ist seit langem ein umstrittenes Thema, an dem ihre beiden Söhne Prinz William und Prinz Herrie sowie andere Mitglieder der Familie Spencer beteiligt sind. Berichten zufolge steht Prinz Herrie unter einer finanziellen Belastung und benötigt dringend Gelder, trotz seiner verschiedenen Bemühungen, einschließlich der von seiner Firma Archiva Productions abgeschlossenen Produktionsverträge. Die Erfüllung seiner finanziellen Verpflichtungen erweist sich als schwierig, insbesondere angesichts seines teuren Lebensstils und seiner Sicherheitskosten. Die möglichen rechtlichen Schritte gegen Charles Spencer unterstreichen die Schwere der finanziellen Lage von Prinz Herrie und seine unerschütterliche Entschlossenheit, sich seinen rechtmäßigen Anteil am Nachlass seiner Mutter zu sichern. Während die Einzelheiten des Erbschaftsstreits weitgehend ungeklärt bleiben, ist es offensichtlich, dass innerhalb der Familie Spencer weiterhin ungelöste Probleme hinsichtlich der Verteilung von Dianas Vermögen bestehen. Charles Spencer, Dianas jüngerer Bruder, zögert Berichten zufolge, die Gelder an Prinz Herrie weiterzugeben, und führt dafür verschiedene Gründe an, von finanzieller Vorsicht bis hin zu bedenken hinsichtlich der Verwendung des Geldes. Unterdessen ist Prinzessin Charlotte, die Tochter von Prinz William und Prinzessin Kessrin, die erste, die eines der berühmtesten Schmuckstücke von Prinzessin Danna erbt. Die atemberaubende Tiara, die die verstorbene Prinzessin von Wels an ihrem Hochzeitstag im Jahr 1981 trug, in Seidern zufolge bedeutet Prinzessin Charlottes Status als älteste Enkelin von Prinzessin Danna, dass sie die erste Wahl hat, wenn es darum geht, zu entscheiden, welchen Schatz sie im Alter von 18 Jahren erbt. Im Jahr 2021 sagte ein Insider, der den Familien Cambridge und Spencer nahesteht, dass die achtjährige Prinzessin Charlotte die Wahl der Palastur wählen haben würde. Das Alter und die höhere Position von Prinzessin Charlotte in der königlichen Erbe Aline geben ihr Vorrang vor Prinz Harrys Tochter, Prinzessin Lilibet, die erst zwei Jahre alt ist. Die ikonische Spencer Tiara, das wertvollste Erbstück der Familie Spencer, befindet sich derzeit im Familienjahrs-Olds-Sophouse und wird von Prinzessin Dianas jüngerem Bruder Charles Spencer betreut. Ein Insider behauptete jedoch, dass die Tiara bereits für eine große Zukunft vorgesehen sei. In einem Interview mit Gotuno sagte die königliche Quelle, William stehe seinem Onkel nahe und habe gefragt, ob Charlotte eines Tages die gleichnamige Tiara seiner Mutter geschenkt werden könne. William ist sich bewusst, dass Charles Spencer selbst Töchter hat, aber sie sind sich einig, dass Dianas ikonisches Stück ihrer ersten Enkelin gehört. Unterdessen sprach ein anderer Palast-Insider mit New Idea über die Begeisterung von Prinzessin Charlotte, das unbezahlbare Erbstück zu erben. Sie sagten, Lottie weiß alles über ihre Oma Diana, schließlich ist Diana eine ihrer zweiten Vornamen. Sie hat auch Bilder gesehen, auf denen sie die Tiara trägt. Charlotte ist sich mehr als bewusst, dass sie eine Prinzessin ist und sie hat bereits Tiaras und Kleider aus Plastik. Zum Verkleiden. Es ist sehr süß. Die Mo-Kollektion von Prinzessin Charlotte dürfte großartig sein, da Gerüchte aufkommen, dass sie auch die mit Smaragden besetzte Lady Mithiara erben wird, die von der verstorbenen Königin Elisabeth II. geliebt wurde.